Hallo Leute, ja in den heutigen Zeiten ist es umso wichtiger zu Hause bleiben, deswegen, ja was heißt wir bleiben zu Hause? Hashtag wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause heißt all das zu machen, was man sonst nicht machen kann, wenn man nicht zu Hause ist. Und wie zum Beispiel, ja die Sache wirklich ernst nehmen, die Leute draußen zu schützen, ja und versuchen all das möglich zu machen, was man einfach sonst nicht machen kann. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich, sag mal, woher hast du denn so eine Sprache? Also von mir hast du es nicht, ne? Jetzt gib dich lieber her. Ich komme gleich, zum Beispiel heißt es auch, wir bleiben zu Hause, bring deinen Kindern mal bei, ordentlich zu reden, ja, keine Kraftausdrücke, Hashtag wir bleiben zu Hause, keine Kraftausdrücke. Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit.